guten tag es ist samstag und es geht weiter mit der nächsten neuen episode was im hintergrund hört ist regen so ein bisschen vorsprung ist noch aber mehr vorsprung kann nicht schaden darum geht es direkt los ach so ja die beiden häkchen sind von mir die anderen müssen jetzt ran kann ich nichts mehr ausrichten ok ich muss es doch mal ein ganz kleines bisschen leiser machen das lehrt hier rum ein so ich bin ein bisschen doof glaube ich moment achte unten gerade noch so richtig gerafft kombination natürlich nicht ich bin ein bisschen Oh. Das war sehr gut, aber es muss weiter gehen. Okay. Okay. Jetzt aber eine Kombi. Bitte, bitte, bitte. Dafür ein Verschieberopfer. Ich denke, dann nehme ich doch eher die Torte am Schluss. Also diese Niederbombe, ne? Ist klar. Das reicht noch nicht für eine Bombe. Oh. Tja. Wenn, dann muss ich gleich mal die Bombe einsetzen. Ich weiß nicht, ob es dann nachher... Äh, warte mal. Pasch. Boah, jetzt hier wird zu früh. Aber ich wusste nicht, ob es dann sofort alles eingefärbt wird, oder nicht. Aber ich wusste nicht, ob es dann sofort alles eingefärbt wird, oder nicht. Okay. Tasty. Uh-uh. Uh-uh-uh. Okay, das geht doch. Perfekt. Gut gelaufen. Gut gelaufen. Puh, schweinert. Puh, schweinert. So ein richtig schöner entspannter Level. Tut nicht weh, schnell vorbei. Gut gelaufen. 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 Wenn man jetzt wüsste, ob da oben... Ich muss erstmal oben das wegräumen. Jetzt muss es eigentlich ungefährlich sein. Gut gelaufen. Gut gelaufen. Perfekt. Soda crush. Okay. Okay. Hmm. Das Eis nervt mich immer. Okay. 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 Das wäre wahrscheinlich noch eng geworden, so. Okay. Okay. Soda crush. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Juicy. Ja, Werbung gibt es ja wahrscheinlich noch nicht wieder. Das wäre auch trotz Werbung wahrscheinlich eng. Da haben wir nämlich das Problem. Einen gestreiften Opfern. Ja stimmt, das war ja auch schwierig. Super schwer so. Okay. 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 So weit, so gut. Okay. 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 Soda Crush. Kombi. Ah, keine Kombi. Das wäre schon mal okay. Das wäre auch nochmal okay. So, jetzt muss es weiter gehen. Hmm. Hmm. Tasty. Hmm, hmm, hmm. Tasty. 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 Bisschen teurer, aber noch geht's. Bisschen teurer, 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 noch geht's. Das ist so zäh. Bisschen teurer, noch geht's. Bisschen teurer, noch geht's. Tasty. Tasty. Bisschen teurer, noch geht's. 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 Verschieber opfern oder nicht? Boah, ging gut. Juicy. Huh. Boah, ging gut. Juicy. Gut. 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 nicht mehr dran, es lief gut. Es gibt wieder ein bisschen Kohle. Jetzt noch eine Kombi. Ach, ja komm, oder? Oh ja, ich habe noch mehr Megabomben als... Dann machen wir es lieber so. Oh, cool. Hahaha. Juicy. Tasty. 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 So viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Hm. Tasty. 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 Untertitelung. BR 2018 So, dann haben wir es hinter uns. Wieder eine Episode geschafft. Nein, auch nicht. Nur mal kurz gucken. Kurz vor 300. Und damit verabschiede ich mich nochmal. Wahrscheinlich bis morgen. Macht's gut. Tschüss.